Guten Abend und herzlich willkommen zu Hallo Niedersachsen. Wenn wir heute eine Überschrift bräuchten für die Sendung, dann könnte man wohl sagen, so vieles macht gemeinsam einfach mehr Spaß. Singen, Fußball gucken, sogar Bus fahren, wir kommen noch dazu. Beginnen wollen wir aber mit etwas, worauf sich wohl auch viele Menschen einigen können. Geld ist nie genug da. Heute begann in Hannover die Haushaltsklausur der rot-grünen Landesregierung auf den Sonntag. Was passiert da? Es wird beraten, was im kommenden Jahr mit unseren Steuergeldern passieren soll. Wenig überraschend heißt es aus dem Finanzministerium, die Spielräume seien klein. Die Baustellen, also die Bereiche, wo etwas passieren müsste, sind laut Gewerkschaften umso größer. Bei den allermeisten Konzerten ist es ja so, die Künstlerinnen oder Künstler stehen auf der Bühne, singen ihre Songs und vor der Bühne sitzen die Zuschauer und hören zu. Gestern Abend war das im NDR Konzerthaus am Maschsee in Hannover etwas anders. Beim Sing de la Sing durfte aus dem Publikum heraus mitgesungen werden. Es war sogar erwünscht. Ob das dann allerdings auch so klappt, für die Musiker auf der Bühne ist das immer auch ein bisschen aufregend. Ja, das sieht man, man will gleich mitmachen. Jung und fleißig waren sie alle. Die Nachwuchschefinnen und Chefs, die wir Ihnen in dieser Woche vorgestellt haben. Dieser junge Mann aus Buchholz in der Nordheide hat das Motto auch gleich zum Namen seiner Firma gemacht. Gerade mal 21 Jahre ist er alt, hat schon 20 Mitarbeiter. Und warum? Weil er einfach eine geniale Idee hatte. Und wir haben gleich noch eine Erfolgsgeschichte. Während viele Landgasthöfe im Norden ja schließen müssen, wagt diese Frau hier einen Neuanfang. Mit einem Gasthof in Hilgermissen in der Graschaft Hoja. Sie hat die ganze Gaststätte übernommen mit Festsaal, Pension und Kneipe. Was nach richtig viel Arbeit klingt, ist für die 38-Jährige ein Lebenstraum. Ja, und ein Verein im Landkreis Osnabrück, der hat sich auch was reserviert. Nämlich meinen Kollegen Arne Torben-Vogts im Rahmen von Wünsch dir dein NDR. Und dieser Verein unterhält den dortigen Bürgerbus. Tolle Idee, gerade in Gegenden, die mit öffentlichem Nahverkehr nicht so gesegnet sind. Mal schauen, ob Arne sich auch ein bisschen nützlich machen konnte. Aber wir brauchen ihn natürlich auch bei Hallo Niedersachsen. Vom Fahren geht es jetzt zum Klettern, zum Bouldern. Um ganz genau zu sein, das ist Klettern ohne Seil bis zu einer Höhe, von der man noch gefahrlos abspringen kann. Was braucht es? Kraft und Geschicklichkeit. Wir waren beim Finale der Boulder Bundesliga in Osnabrück dabei. Aber auch schon vorher bei den Vorbereitungen. Genau. Und dabei sind wir ja Gott sei Dank auch beim Fußball. Also nicht nur die Nationalmannschaft, auch Hallo Niedersachsen ist heute Abend dabei, beim Public Viewing immerhin. Und das an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf einem Schiff. Und wer dort jetzt auch ist, mein Kollege Jan Fragel. Du meldest dich live von der MS Weserstein. Jan, ein Ausflugsdampfer, auf dem heute das Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen ist. Wie können wir uns das denn vorstellen? Fragel, wir drücken auch die Daumen. Vielen Dank aufs Schiff. Und viel Spaß natürlich gleich beim Gucken. Uns fehlt jetzt noch das Wetterbild. Es lohnt sich auch garantiert, wenn Sie morgen früh wieder NDR 1 Niedersachsen einschalten. Ab 5 Uhr sind die Kollegen von Hellwach für Sie da. Und natürlich wird dann auch nochmal das Spiel von heute Abend nachbesprochen. Aber erstmal muss es anfangen in genau einer Stunde. Schön, dass Sie vorher noch mit uns auf den Tag geguckt haben heute Abend. Donald Becker schaut jetzt noch aufs Wetter. Und ich verrate Ihnen schon mal, dass Arne Torben Vogts morgen hier im Studio steht und sie dann durch die Woche begleitet. Viel Spaß mit ihm und viel Spaß beim Fußball. Tschüss, bis bald.